Was geht ab Leute? Willkommen zum dritten Teil des Java GUI Tutorials für Panyutorials.de. Mein Name ist Dennis Panyuta und in diesem Tutorial werden wir die Schriftart unseres Textes verändern. Denn manchmal tut es doch ganz gut so ein bisschen zu individualisieren, das Ganze ein bisschen schöner zu machen und so. Weil auch wenn man denkt, ja es muss ja nur funktionieren, so muss es doch auch gut aussehen. Und dazu verändern wir jetzt erst einmal dieses Set Bounds, das gefällt mir nämlich mit 200 nicht. Machen wir mal 50 draus, also hier als zweiten Parameter, sprich den Y-Wert, an dem unser Text beginnen soll. Und dann, wenn wir jetzt die Schriftart verändern möchten, dann müssen wir das vor dem Add der Text machen. Denn mit Add der Text fügen wir den Text ja unserem J-Frame hinzu. Und wenn wir jetzt die Schriftart danach verändern würden, also zum Beispiel hier jetzt verändern würden, dann hätte das keine Auswirkungen mehr auf diesen Text, den wir hier eingefügt hatten. Das heißt, wir fügen das jetzt mal dazwischen ein und sagen Font, ich nenne den Font mal Schriftart, und Font haben wir hier automatisch importiert, java.rwc.font, wenn das bei euch nicht der Fall ist, müsst ihr es importieren. Und dann müssen wir diesem Konstruktor Werte übergeben. Und zwar hier die Schriftart, also hier können wir Serif machen oder Areal zum Beispiel. Dann Font, Punkt und hier habt ihr unterschiedliche Möglichkeiten. Also ihr könnt den zum Beispiel dick machen, Italic, Plain, etc. pp. Ich mache den mal hier Plain, Plus, Font und ich mache ihn Italic. Also ihr könnt, wenn ihr zwei Sachen kombinieren wollt, sprich normale Schreibweise, also die nicht dicke Schreibweise mit der Kursivschreibweise, wenn ihr das kombinieren wollt, dann könnt ihr das auf diese Art und Weise machen, indem ihr hier ein Plus hinzufügt. Und dann, als dritten Parameter, müssen wir noch die Schriftgröße übergeben. Also ich mache hier mal zum Beispiel Schriftgröße 30, mache ich hier mal rein und schließe das mit einem Semikolon ab. So, jetzt haben wir die Schriftart zwar erstellt, aber wir müssen diese Schriftart noch dem Text übergeben, beziehungsweise den Text noch so setzen, dass er diese Schriftart auch übernimmt. Also der Text, Punkt, Set, Font, Schriftart. So übergeben wir die Schriftart, die wir hier gerade eben erstellt haben, also über diesen Font, übergeben wir jetzt den Text und geben ihn danach, also fügen ihn danach hier in unseren J-Frame ein. Also ich speichere jetzt mal und lasse es laufen und schiebe das Fenster mal hier rüber, dass ihr es sehen könnt. Und ihr seht, nachts ist es kälter und ich müsste es hier rüber schieben und sehe, dass es nichts bringt, weil unser Set Bonds nicht dick genug, also nicht breit genug ist. Wenn wir jetzt hier wollten, dass der komplette Text angezeigt wird, machen wir mal zum Beispiel hier 800 und machen das Fenster auch 800 breit. Also die Breite des Frames machen wir auf 800 und die Breite unseres Bonds müssen wir eigentlich sogar auf 900 machen, denn wir fangen ja 100 Pixel weiter rechts an. Also ich speichere nochmal und lasse es nochmal laufen. Und ich habe jetzt hier gerade zwei Werte vertauscht. Ich muss jetzt nicht den hier 900 machen, sondern den hier muss ich 900 machen. Und hier ist es genauso. Nicht den Y-Wert muss ich 800 machen, sondern den X-Wert. Also ich speichere nochmal und lasse es nochmal laufen. Und wir sehen jetzt hier BAME, 800 Pixel breit, 400 Pixel hoch und eben die Werte, die wir hier haben, zusätzlich noch in unserem Fenster. Wenn wir jetzt hier noch ein bisschen rum experimentieren wollen, können wir hier jetzt zum Beispiel noch Serif eingeben. Dann lassen wir das mal in Serif anzeigen. Sieht hier ganz anders aus. Und was es für Fonds gibt, könnt ihr auf dem Link, den ich auch mal in der Homepage eingefügt habe, finden. Also probiert ein bisschen aus. Macht mal eine Übungsaufgabe, die ich zu diesem Tutorial erstellt habe. Und abonniert meinen Channel, falls ihr das noch nicht getan habt. Und außerdem könnt ihr einfach mal meine Homepage besuchen und ein bisschen rumstibbern. Würde mich freuen. Also macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Tutorial.